Hallo und herzlich Willkommen in der Wunderkessel Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Pasta macht glücklich. Mach mal Nudeln, mach mal Nudeln, mach mal Nudeln. Das kenne ich zu Hause sehr gut, denn meine beiden Mädels sind absolute Nudel Junkies. Und ich bin ganz ehrlich, ich mache oft Nudeln, sehr gerne sogar, auch wenn ich abends keine Nudeln mehr esse. Aber was ich noch nie probiert habe, sind Spaghetti im Thermomix. Ich habe oft gehört und gesehen, dass es zu funktionieren scheint. Ich mache heute das Experiment, ob es wirklich klappt. Ich bin sehr gespannt, weil wirklich Spaghetti koche ich echt noch so herkömmlich auf dem Herd. Wie sich's Geherd halt, sagt man ja, wie sich's Geherd. Aber jetzt im Thermomix. Ich bin gespannt, ob wir nachher Spaghetti haben oder lauter kleine Nudelstückchen. Wir machen auch gar keine großen Experimente. Wir machen ein One Pot. Also quasi aus einem Topf Spaghetti Gericht und zwar die ganz klassischen Spaghetti Aglioglio. Spricht man das so aus? Aglioglio? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Italiener, ihr dürft mich steinigen, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Aglioglio. Ich habe keine Ahnung. Also Knoblauch und Öl. Ja, das ist auch schon fast alles, was wir brauchen. Spaghetti 360 Gramm. Das reicht ungefähr für 3 bis 4 Portionen. Dann brauchen wir Parmesan. Davon 60 Gramm. 5 Knoblauchzehen. Okay, ich weiß es sind mehr, aber es sind 4 größere und ein paar kleinere Restchen. Etwas Salz. 70 Gramm Olivenöl. Eine Peperoni. Ich habe da die Kerne raus gemacht, damit es nicht zu scharf ist. Und eine Handvoll Petersilie ohne Stiel. 750 Gramm Wasser. Thermomix. Gute Laune. Es geht los. Wir beginnen mit dem Parmesan. 60 Gramm sind hier ganz gut angemessen. Das Ganze wird jetzt zerkleinert. Ja und zwar 10 Sekunden auf Stufe 8. Die Frage, warum kaufst du keinen geriebenen Parmesan, sondern schredderst den selber? Beantworte ich ganz klar mit, weil ich es kann. So, also. Hier unsere Käsekrümel. Unser geriebener Parmesan sozusagen. Ganz ehrlich, es spricht natürlich nichts dagegen, wenn ihr geriebenen Parmesan kauft. Ich hatte jetzt halt noch Parmesan vom letzten Gericht über und den kann man ja auch wunderbar zerkleinern. Allerdings muss man den, bevor wir jetzt mit den Nudeln anfangen, umfüllen. Ganz klar. Wenn da jetzt noch so ein paar Käsekrümel drin sind, ist das nicht schlimm. Wir machen ja jetzt die Spaghetti da drin. Der Käse kommt dann eh obendrauf. Knoblauch. Wie gesagt 5, 10. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 2 große und 3 etwas kleinere. Peperoni und Petersilie kommen jetzt als nächstes in den Kessel. Und das Ganze zerkleinern wir jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5. So, unser Olivenöl kommt dazu. Wie gesagt, das sind insgesamt 70 Gramm. Wir brauchen jetzt 50 Gramm davon. Kurz die Waage einstellen. Ich mache aber mal hier die Petersilie noch ein bisschen nach unten, dass das alles gleichmäßig angedünstet wird. Und zwar schalten wir jetzt ein. 100 Grad 2 Minuten Stufe 1. So das klassische Andünsten. So, das riecht doch schon mal sehr lecker. Als nächstes kommen 750 Gramm Wasser dazu. Das Ganze wird jetzt noch etwas gesalzen, das Wasser. Ich nehme tendenziell immer lieber weniger Salz und salze nachher nach, als dass ich zu viel Salz habe. Und das Ganze wird jetzt 6 Minuten zum Kochen gebracht. Stufe 1 reicht da vollkommen aus. Also 6 Minuten einstellen, 100 Grad und dann laufen lassen. Es ist soweit. Das Wasser ist heiß. Das Experiment beginnt. Ich bin echt gespannt, wie das nachher aussieht, weil da ist ein Messer unten drin. Ich weiß, wir stellen es auf Linksstufe, also Linkslauf und Sanftrührstufe. Aber trotzdem kann ich mir immer noch nicht vorstellen, ob das, wie das. Wir werden es sehen. 15 Minuten muss das Ganze jetzt laufen. 100 Grad. Sanftrührstufe, Linkslauf. Das ist ja nett. Ist ja klar. Aber es hat etwas Hypnotisches. Toll. Ganz toll. Könnte man auch ein Spiel draus machen irgendwie so. Man muss immer eins rausziehen, ohne dass es wackelt. Quatsch. Ich kümmere mich mal um meinen Tee. Noch 5 Sekunden Abkühlzeit. Ich bin super gespannt. Bevor wir das jetzt hier rausnehmen, umfüllen, machen wir das restliche Öl noch dazu. Und würzen auch bei Bedarf noch mal nach. Aha, okay. Nun ja. Wir würzen das glaube ich hier in der Schwissnung nach. Da ist, glaube ich, einfacher umzurühren. Also zumindest schon mal kein Spaghetti Mousse. Ich bin sehr gespannt. Es riecht gut. Das ist lustig. Klar, so ein bisschen verdreht sich das dann da unten. Wie kriegen wir das jetzt raus? Challenge. Ich mache das jetzt mal hier. Ich drehe jetzt einfach mal händisch hier. Großartig. Mal gucken. Vielleicht mache ich das Messer mal raus. Das muss das ja vielleicht... Gebt ihr mir einfach einen Tipp, wie ihr das macht. So, beim nächsten Mal. Jetzt fällt das Messer natürlich mit raus gleich hier. Zack. Das sollte man dann rausnehmen, bevor man serviert. Aber es riecht wirklich köstlich. Sieht auch gut aus. So, jetzt muss ich nur noch das Messer hier irgendwie rauskriegen. Mann! Ja, das ist ein sogenannter Spaghetti Knoten. Heiß, aber lecker. So, fertig. Wie gesagt, ihr könnt das bei Bedarf jetzt noch mit Pfeffer und Salz etwas nachwürzen. Ich mache das jetzt auch mal ganz schnell. Nicht zu viel. Wie gesagt, lieber nachher noch ein bisschen drauf. Scharf ist gut, salzig ist immer schwierig. So und dann gibt es immer bei uns zu Hause die Diskussion, weiß nicht wie das bei euch ist. Was machen wir mit dem Parmesan? Meine Tochter hat den Parmesan gerne auf den Nudeln drauf. Ich mache den Parmesan immer in die Nudeln rein und vermische das. Ich weiß nicht wie ihr das macht. Ich mache es jetzt so, dass ich die Nudeln serviere und Parmesan oben drauf mache. Bin ich mal nett heute. Das sieht echt gut aus. Also da klebt auch nicht wirklich viel aneinander. Jetzt gucken wir gleich mal, ob sie denn auch schön Biss noch haben die Nudeln. Und ein wenig Parmesan drauf. So und dann schauen wir mal wie es schmeckt. Dann degustieren wir mal unsere Spaghetti Agioio. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, gut aussehen tut es auf jeden Fall schon mal. Hätte ich so nicht erwartet. Haben auch genau den richtigen Biss. Sind nicht verkocht oder zu hart. Absolut al dente. Also für meinen Geschmack könnte noch ein bisschen mehr Knoblauch dran sein. Das ist natürlich immer so eine Entscheidungsfrage, aber sonst schmeckt das richtig gut. Auch gerade mit dem Parmesan, dem frischen, selbst geriebenen Parmesan. Also ich hätte das so nicht erwartet, dass es so gut wird. Es ist ja mal das Schöne, dass wir hier Sachen aus unserem Forum ausprobieren und ein bisschen rum experimentieren können. Und auch mal Sachen nicht so funktionieren, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber das hier hat auf jeden Fall meine Erwartungen übertroffen. Ist für mich durchaus eine überlegenswerte Alternative zum normalen Spaghetti kochen. Ihr könnt natürlich auch Spaghetti so ohne jetzt diese Agioioio im Thermomix kochen. Dann müsst ihr halt vorher das Wasser aufkochen und dann einfach oben rein und nach der entsprechenden Garzeit euch richten. Das kann man durchaus mal machen. Aber das hier so als One Pot, wirklich aus einem Kessel, ein Kesselgericht absolut klasse. Also kann ich nicht anders sagen. Wird auf jeden Fall auf meinen Speisenplan kommen, wenn das nächste Mal jemand sagt, Mach mal Nudeln, mach mal Nudeln, wir wollen Nudeln. Das einzige was ich noch rausfinden muss, wie man das irgendwie geschickt aus dem Topf rauskriegt, ohne dass man das Messer abschrauben muss. Aber vielleicht habt ihr da irgendwelche Ideen, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Entweder hier unter das Video oder bei uns im Forum Wunderkessel. Da gibt es jede Menge tolle weitere Rezepte und Ideen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und natürlich über ein Abonnement unseres Kanals. Wir haben jede Woche tolle Rezepte aus dem Wunderkessel Forum, die wir hier live und ungeschön für euch kochen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sag bis dahin Tschüss, alles Gute oder wie man beim Italiener sagt Ciao.